Hey zusammen, willkommen zurück zu Mega Man 6. Wir machen mit Blizzard Man weiter, allerdings muss ich gerade zugeben, dass ich keine Ahnung habe, warum da mein Kopf ist und da auch und hier nicht. Das ergibt irgendwie wenig Sinn für mich, aber gut. Wo bist du? Blizzard Man, da! 1,63 und 167 Kilogramm, okay? Ich achte immer nur auf das Gewicht und auf die Größe, weil ich bin echt, ich bin voll oberflächlich, ey. Oh, was ist das denn? Ah, eine sogenannte Bombe. Hä? Okay, man rutscht anscheinend auf Eis. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Äh, ich glaube da... Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Was war das denn bitte? Aber egal, ich glaube ich weiß, wie ich da hinkomme. Wir waren ja gerade bei Fireman und da ist Eis. Also, ne, was kann ich wohl tun? Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Verreck! Danke. Fireman! Ah! Ja, und wie soll ich da jetzt rauskommen? Alter, wenn ich hier sterbe, ne? Hä? 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 Ah, da. Boah, wie dumm! Wie scheiße dumm! Ich kann mich direkt wieder töten. Leck mich doch am Arsch! Leck mich doch am Arsch! Komm! Platz mich! Platz mich auf! Alter, ich lebe ja immer noch. Ah, stimmt, ja, hab ja ein Leben bekommen. Hupsala! Oh, nice! Damit hast du nicht gerechnet. Und... Ja, weiter! Okay, jetzt aber. Da werden wir nicht mehr hingehen. Kann mich vollkommen am Arsch lecken. Aber warte mal, was war denn eigentlich die andere Fähigkeit? F-Wand, Sturm, Morgen, Pove. Hä? Hä? Geil! Power! Mega Man! Lol, ich bin stark! Wie geil ist das denn? Oh! Voll die Special-Fähigkeit! Haha! Was bringt mir das weiter? Kann ich das die ganze Zeit nutzen? The fuck? I'm... I'm unsterblich! Oh fuck, oh shit, oh fuck, oh shit! Nein! Nein! Was bringt mir das? Kann mir das mal einer erklären? Soll ich hier die Scheiße noch aufplatzen? Ah, ist einfach eine Zusatzfähigkeit. Nett! Warte mal, vielleicht kann ich damit sogar fliegen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall äh, warum... Ne, aber ich denke nicht. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum es hier keine Buchstaben gibt. Diesen Zusatz bekommt man einfach hinterhergeworfen. Geil! Nein! War da nicht irgendwas? Ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Huh! Alter, das war knapp. Ah, die kennen wir doch. Oh, nice. Energy Tank! Hallo! Nett dich zu sehen. Ich freue mich jedes Mal über deinen Besuch. Huh! Fuck! Huh! Wer kommt ja runter? Bleib bloß da oben! Oh! Nein! Nein! Was ist das denn? Huh? Fuck! Okay, ich gehe schon! Das wäre verfallen! Oh Gott, oh Gott! Ja, das war so klar, dass dir wieder irgendeine Scheiße kommt! Ne, warte mal, ähm... Fire! Huh! Okay, ich konnte es aber auffüllen. Huh! Schnell! Einfach reinbüllern. Einfach nur reinknallen. Die ganze Zeit. Das ist echt schlimm. Fast wie beim sogenannten Sex. Huh? Huh? Was macht der da? Warum macht der das? Bringt ihm das irgendwas? Ah, da werde ich zermatscht. Nett. Sehr nett. Ja, komm, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, treff mich nochmal. Ja, nochmal. Treff mich, treff mich zehnmal mit dem selben Teil. Hä? Ach, da waren... Oh. Scheiße. Ist das die Titanic oder was? Hm. Naja. Scheiß drauf. Ein Leben weniger. Brauche ich sowieso nicht, ey. Ist voll überflüssig. Ihr wisst da, ich schaffe die Bosse sowieso immer sofort. Na? Ihr kennt mich ja. Oh Gott. Nein! Ah, ich sollte echt hier oben bleiben. Sonst ist Jan schnell vorbei. Ach du Kacke. Wie komme ich denn da rein? Wat von der... Lol. Schon von rechts irgendwie? Hä? Ach, keine Ahnung. Ist mir so egal. Alter. Schnell. Hier explodiert alles. Zack. Kein Problem für mich. Ich mach das schon. Ich regel das. Das Level schadet mir aber gerade echt lang. Huh. Alter, nice. Richtig nice. Oh Gott. Keinen Schaden bekommen. Was soll das denn? Okay. Ja. Ich bin da. Gut. Oh yeah. Guten Tag Blizzard Man. Oh cool. Der hat Ski-Scheiß-Schuhe. Ich glaube, ich bin noch nie Ski gefahren. Ich glaube nicht, ne. Aber dafür Schlittschuh. Was? Was macht der denn? Ist das Sonic? Sonic, was machst du hier? Huh. Alter. Alter, ist der unfair. Nein. Boah, ist der krass, ey. Und ja. Vor allem, wie soll man denn da ausweichen? Na egal, er ist tot. Trotzdem unfair. Ich meine, meine Waffe ist doch auch unfair, aber seines auch. Ziemlich unfair. Na, was können wir jetzt? Können wir jetzt rutschen, oder was? Oder, ah ne, diese, diese komischen Eiskristalle in alle Richtungen wahrscheinlich. Du erhältst Eiskristalle. Ach, guck mal. Ich kannte das Wort sogar schon. Oh, falls man nicht treffen kann. Cool. Level-Auswahl. Da, schon wieder. Hä? Bedeutet das denn? Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Plant Man. So, wie groß bist du denn? 1,43 nur. Oh, ein kleiner, dünner Knecht. Hm. Oh, ne, jetzt sind wir im Wald, ey. Gleich spielt meine Pollenallergie verrückt. Oh Gott, hier sieht man ja gar nichts. Aber ich glaube, hier ist schon die, die Fähigkeit sehr angebracht. Hier könntest du einfach rumballern und triffst auf jeden Fall was, weil alles in den Wäldern von, von Hogwarts ist. Ja, Leute, wir sind hier in den Wäldern von Hogwarts. War, 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 war. Ma. Danke. Ich glaube, wir können den nehmen, um dann die Scheiße da wegzuklatschen. Ja, lol. Das war ja eigentlich nur Spekulation, ne? Spekulatius. Aber es hat anscheinend doch geholfen. Oh nein, ey. Nein, ey. Oh, da hab ich ja gar keinen. Ja. Boah. Die Gegner sind ja richtig fair. Hä? Geh einfach nach Hause. Da hab ich keine Lust drauf. Oh, mein kleiner Freund. Ja, toll. Ja, okay. Kann ich mitnehmen. Auch wenn mir ein Leben immer noch lieber wäre. Okay, okay. Ich verstehe dein Problem. Ich muss dir ins Gesicht schießen. Kann mir mal einer sagen, wie ich den schneller totkriege? Ey, der hat bestimmt eine superkrasse Schwäche. Hier. Hallo. Alter, was ein ätzender Gegner. Wer der gleich noch mal hat. Der kommt bestimmt gleich noch mal. Ich rieche das jetzt schon. Oh, lol. Hä? Ah. Richtig gesehen. Dachte mir schon fast. Oh, nein. Hilfe. Hilfe. Nein. Zack. Zack. Ich darf nicht springen. Wenn ich da springe, bin ich direkt tot. Oh. Naja, brauche ich nicht. So was brauche ich nicht. Oh, nein. Ah, ich kann ihn zurückkicken. Verpiss dich. Raus. Ah. Und er trifft mich erstmal achtfach. Nice. Ja, klar. Hallo. So ein ätzender Scheiß. Ich probiere also, wenn er noch mal kommt, probiere ich auf jeden Fall was. Hä? Ja. Wie scheiße unfair war das denn bitte? Bin ich denn jetzt schon wieder? Okay. Eine Stunde zurückgesetzt worden. Kann ich mir leben? Ah. Null. Hä? Ja, durch den anfänglichen Sprung. Super. Der hat die Kraft des ersten Sprungs noch mitgenommen. Wisst ihr was? Ähm. Das mache ich auch viel zu selten. Ist euch ja mal aufgefallen, bei dem ganzen Scheiß-Let's-Play. Oder bei den Let's-Play-S-Mehrzahl. Äh. War es so, dass ich eigentlich immer nur mit der Standardwaffe umgerannt bin. Außer bei den Bossen. Nein. Guck mal. Da leckt ihr dann schon nicht mehr. Ja. Kein Wunder, da sieht man nur die Standardwaffe nehmen, ey. Oh. Machst du denn? Oh shit. Ja, okay. Dann probieren wir es halt nicht nochmal. Oh fuck. Hallo. Bitte aufhören. Danke. Wie diese Scheiß für mich jedes Mal verarschen will. Aber das war jetzt der Zweite, oder? Ich glaube schon. Hoffen wir es einfach mal. Ich glaube, doch. Hier bin ich gerade gestorben. Ah ja. Ich erinnere mich dunkel. War so klar, dass da wieder so ein Schmuck rauskommen muss. Hä? The fuck? Oh. Hä? Hä? Die ganze Zeit. Ich habe voll Angst, dass der gleich wieder zugeht. Aber ich glaube, er tut es nicht. Ne, macht er auch nicht. Hallo. Schnell. Ja. Oh. Oh. Komm. Ballerein. Geht doch. Komm, mehr HP. Alter. Alter. Oh. Was ist das denn? Nein. Oh. Ist das krass, ey. Wie wird man da übelst penetriert? Wow. Mein Gott. Bitte. Bitte. Jetzt nicht sterben. Wisst ihr, war die Speicher? Ich muss ja sowieso. Ich muss doch sowieso wieder bis zu ihnen spielen, wenn ich jetzt sterben würde. Bis gleich. Ne? Ich meine, warum sollte ich mir da bitte antun? Und ja, ich habe dazwischen, aber das hat man wahrscheinlich in der Musik gehört, dass ich kurz weg war. Hallo, Plantmann. Na? Geht's dir gut? Äh. Kristalle. Oh, schön, wie meine anfänglichen Schüsse weg sind. Ja, geil. Nein. Nein. Okay, erst warten, bis er seine weggeschossen hat, dann baller ich meine. Das ist ja putzig, ey. Das ist ja richtiges Teamwalk. Fuck. Schnell. Hä? Wow. Hä? Ich habe keine mehr. Ich habe keine mehr. Ja, fair. Ich sollte wieder ganz fair spielen, ey. Wie unfair war der Sprung, bitte. Also, da können wir jetzt sagen, was er wollte, aber das war echt scheiße. Bis gleich. So, dann wollen wir mal. Ich habe zwar Energy Tanks, aber ach komm, leck mich doch am Arsch. Ja, fuck. Hä? Was war das denn wieder für ein Versuch? Manchmal können wir echt selber ins Gesicht spucken. Mach ich auch zwischendurch mal. Nein. Oh. Fuck. Nein. Ich meine, ich frage mich auch gerade, warum laufe ich eigentlich immer wieder rein, wenn er, äh, wenn ich meine Sache schon längst abgefeuert habe. Ich habe keine Ahnung. Sechs Stunden später. So, dann schießt mich an. Ha! 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 Ja, solche Geräusche mache ich immer beim Zocken. Solltet ihr gewohnt sein. Ha! Warum ist er jetzt nicht gesprungen? Also, manchmal echt krass, ey. Klingt zwar wie eine Ausrede, ist es im Grunde auch, aber wenn ich springen drücke, erwarte ich eigentlich auch, dass er springt. So, geht doch. Weg, du Knecht. Den stelle ich mir ja richtig ätzend vor, wenn man keine Special Waffe gegen ihn hat. Gut, dass ich eine habe. Und du erhältst Blood S und Rush Jet Adapter. Adapter. Oh, cool. That's nice. Sieht ein bisschen schwul aus, aber, und sieht aus wie ein Yoshi-Ei, aber egal. Gut. Wenn ihr es für ein paar bewerten könntet, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ha! 하나, bitte dass duholderv! Uff! resetg! Aus! 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 Wie kann sie das wenn? Bis zum nächsten Mal.